Ich begrüße mit einem riesen Applaus den Chef der Gruppe, Thomas Hammerl. Und hier ist Thomas Hammerls Studio Ensemble. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine wunderschönen guten Abend, geschätzte Festgäste. Uns freut es, dass wir heute bei Ihnen musizieren dürfen. Das Ganze läuft ja auf einen guten Zweck hinaus. Und da muss man eines dazu sagen, die weite Reise extra aus Tirol, angereist aus dem Lechtal. Unser Gogo, das gebührt einmal einen riesen herzlichen Sonderapplaus. Auf geht's mit einem schönen Walzer, die blaue Adria. Und hier ist es, dass wir heute. Und hier wird es, dass wir heute, die wir an, die wir an, die wir an haben. Musik 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 Mit Musik und guter Laune, auf geht's! Applaus Musik 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 Uns ist es ja schon vor dem Auftritt gelungen, dass wir eine Runde bekommen haben, die was gar nicht uns gebührt hätte, sondern dem Christen Stromer. Aber wir waren so frei, wir haben das Bier gleich aufgeholt. Wir haben alle die Gläser in die Hände, liebe Damen und Herren. Ich schreie die Gläser an Sie bitte hoch. Probieren wir das einmal. Die Gläser hoch! Die Gläser hoch! Die Gläser hoch! Und jetzt singen wir gemeinsam ein Prosit der Gemütlichkeit. Auf geht's! Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Akku, hast du einen Trinkspruch mit? Kommt der Regenwurm von der Arbeit nicht heim, dann wird er sicherlich beim Fischen sein. Prost! So, jetzt unser lokalen Matador, meine Damen und Herren. Michael Gönnezzer aus seiner Trompete. Ivan spielt auf! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Musik 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 So, jetzt machen wir bitte mal eine Valter. Und zwar, jetzt gibt es was Schönes. Für alle Jäger haben wir heute einige hier. Und heute sind ja ganz viele Oberkräner Veteranen, wie unser Daniel schon angesagt hat, vertreten. Das Moskirchener Quintett, und zwar das Gründungsmitglied, oder die Gründer von den Moskirchenern, Friedl Lazarus und der Freidel Holmuth. Schöner kann es ja gar nicht sein, wenn man für sochte tolle Musikfreunde musizieren darf. Einmal ein herzliches Willkommensapplaus, bitte einmal an unsere Moskirchener. Jawohl. Und jetzt gibt es eine Valter, einen Ländler machen wir jetzt. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Wir spielen für euch einmal live heute hier, und zwar der Jägerlander. Also, wir spielen für euch heute hier. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Hört man ab und zu einmal auf Radio Steiermark bei der Alpenländischen Musikantenparade. Applaus So, jetzt machen wir weiter. Unser ausnahmsweise nicht Steirer, aber im Klassen ist er ja schon ein richtiger Steirer-Bur. Unser Gogo aus Kirol macht jetzt eine Polka für alle Akkordeon-Freunde. Und zwar von Ort zu Ort. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus So, keine Gramm zu viel versprochen, meine Damen und Herren. Unser Gogo aus dem Tiroler Land extra angereist. Freut uns, dass du bist, Gogo. So, jetzt machen wir einen Walzer wieder drauf. Und zwar jedes Mal, wenn er nach Hause fährt, sagen wir zu Hause in der Steiermark mit dem Gogo, es war so schön. So, jetzt machen wir einen Walzer. 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 Okay, jetzt am Sonntagabend. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Dankeschön. Jetzt machen wir noch eine Trio-Nummer mit Kandrabass, weil wir es mithaben und zwar Festtag ist im Dorf. Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt können wir gerne die weinseligen Musikanten spielen, aber wir haben leider noch keinen Wein gekriegt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, liebe Freunde, auf geht's mit den weinseligen Musikanten. Untertitelung. BR 2018 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 Musik Applaus Schon wieder ist es passiert, meine Damen und Herren, und zwar eine Runde ist eingetroffen vom Organisator kann man eigentlich schon so sagen unser Bretterkleber Hansi langjähriger Freund von uns Hansi du weißt, was ich gehört danke vielmals für diese Runde wir bedanken uns beim Hansi mit einem fünffachigen Zack! Prostata! Trinkspruch für Hansi fährst du rückwärts gegen den Baum so wird er kürzer, der Kofferraum Prost! Ein schöner Walzer, meine Damen und Herren gibt es jetzt drauf gespielt von unserem Netz am Baditon Sehnsucht und Liebe Liebe zum Baditon das hier ist jetzt drauf Untertitelung. BR 2018 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 Auf geht's, meine Damen und Herren, das Trompeten Echo. Untertitelung. BR 2018 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 der so seine Runde spendiert hat und sagen Danke auch an den Hausherrn, an Nika Seppi, dass er solche Veranstaltungen überhaupt ermöglicht. Herzlichen Dank, lieber Josef. Und jetzt Dankeschön mit der nächsten Polka, und zwar das Gartenfest aus Tirol. Musik 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 Meine sehr versetzten Damen und Herren, Riesenapplaus für dieses unfassbare Ensemble, das Thomas Hammarl Studio Ensemble. Bleibt nur da, bleibt nur da, ich hab's schon gehört. Bleibt nur da. Meine Herrschaften, wo ist er denn? Günther, du mal kurz winken. Wir begrüßen ganz recht herzliches Publikum unseren Günther Hirschmann, wir haben ja so viele Musikanten da, unseren Helmut Freil, ich fühl mich sehr gern, dass er hier ist. Und ich möchte jetzt gar keinen vergessen, deswegen begrüßen wir alle Musikanten, die nach wie vor hier bei uns in Lannach zu Gast sind, auf das recht herzlichste. Und wir haben jetzt einen Wunsch bekommen, und für diesen Wunsch, glaubt ihr, dauert zweieinhalb Minuten, oder Günther? Muss Zeit sein. Meine Damen und Herren, möchtet ihr noch eine Zugabe haben an diesen wunderschönen Abend von diesen fünf ausgezeichneten Musikanten? Dann würde ich sagen, holen wir sie noch einmal mit einem kräftigen Applaus auf die Bühne, mit unserem Fritzi, unserem Marco, unserem Michi, unserem Gottfried und unserem Kapo, unserem Chef, den Thomas Hammer. Viel Spaß! Und dann kommt ja gleich unser Günther Bachmanns. Applaus Musik 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 Musik